Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir sind hier immer noch in der großen Pyramide, haben uns schon ein bisschen nach oben gearbeitet in diesem großen Gang hier und wollen immer noch weiter nach oben. Hier habe ich in der letzten Folge zweimal gefällt. Mal gucken, ob es diesmal wieder passiert. Mal gleich auf die Mini-MPs. Nein, zieh du nicht auf das Ding, Lara. Lara wählt immer diese Scheibe an. Nein, schon wieder. Ja. Nein, bitte nicht. Es ist einfach dumm. Ja, ich habe jetzt... Ich musste jetzt dumm sagen. Ich wollte schon ein anderes Wort benutzen. Aber wir freuen uns doch alle, dass das da eben auch mal hier ein bisschen fehlt, ne? Zum Beispiel jetzt immer die ganze... Es ist... Ja, ich bin doch da. Mich kriegst du nicht. Nein, Lara. Lara? Ey, weißt du, stirb einfach. Geh einfach sterben. Was hat... Warum... Wie siehst du den Scheiß an? All das Schwede. Komm, so, jetzt. Und jetzt fehle ich dabei. Geil. Und ich habe ja auch gesagt, in der letzten Folge, die Kontrollpunkte wären sehr selten. Jede Plattform. Aber ich meine, jede Plattform ist auch nötig. Ich meine, das ist viel eigentlich. Auf jeder Plattform gibt es einen Kontrollpunkt. Das ist schon sehr großzügig. Ja, das war ja auch sonst irgendwie scheiße. Nein, bitte nicht. Oh, Alter. Nein, nein. So. Alter. Und wo soll ich erst mal hin, muss ich hier wissen. Achso, da drauf springen. Okay. So. Ja, schwing dich. Schwing. Sie ist einfach so dumm. La, la, la. Wir haben alle Teil der Welt, ne? Ne, haben wir nicht. Das ist es doch gerade. Oh, Mann, ey. Ne, ich hasse es. So. Boah, ich werde fast wieder frei. La, nein. Warum habe ich jetzt die Pistolen ausgewählt? Ich weiß es nicht. Was cool ist. Und da darf man sich ja auch nicht abrollen, sonst sind wir wieder freiwillig tot. Laura, nein. Nein. Boah. Nein. Ich. Ach, geil. Wir sind ganz schön in die Lava gefallen. Hey, ein anderer Tod. Boah, ey. Was? Warum, ey? Warum hat der Entwickler das... Ich glaube, die wollten es so machen. Oh, ich darf mich nicht aufregen. Aber das ist ziemlich schwer. Oh. Drei Minuten sitzen wir jetzt hier schon. Guten Tag. Boah, nein. Oh, ich drühe einfach nur noch die ganze Zeit auf die Maus. Und ihr hört es. Und es ist mir auch... So. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So, ich lasse es jetzt ablaufen. Boah, der... Ja, haha. Nein, wir müssen da abspringen. Wir müssen da zurückspringen. Scheiße. Ja, das kann was werden, Leute. Naja. So, pack die weg, Laura. Springen. Ich glaube, ich darf gar nicht stoppen. Ich muss gleich dann, wenn die in der Luft ist, so zurückdrücken. Na, also, ich hab doch gesagt, es kann was werden. Irgendwie konnten wir da gerade... Laura hat sich irgendwie festgeglitcht, aber nur für eine Sekunde. Und deswegen ging das mal wieder nicht. Ich... Och, ich bleib hier. Einwege, wenn es eine Folge hier ist, dann... Ja, keine Ahnung, sonst schneide ich. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich will nicht mehr. Nein, jetzt. Laura! Boah! Stirb! Ja, nein! Oh, jetzt willst du auf einmal nicht mehr sterben, oder was? Doch, willst du! Nein, doch nicht! Nein, nein, doch, doch, nein! Halle! Meine Fresse! Was ist daran so interessant? Kannst du mir das sagen? Jetzt willst du es nicht an... Komm, ey! So, jetzt... Ja, genau so muss ich das machen. Haben wir viel Zeit gewonnen und jetzt nur irgendwie... Zurückspringen. Hab... Ja, Mann! Puh, 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 puh. Okay, nach sechs Minuten... ...hab ich es dann doch endlich geschafft. Fast oben, Leute, fast oben. Hä? Okay, den sollen wir noch nicht irgendwie... Was ist das? Äh, welchen Schalter sollen wir hier anvisieren? Das war wahrscheinlich ein richtiger. Nein! Boah, jetzt sind hier drei Schalter, die Laura anvisiert, ey! War da jetzt ein Kontrollpunkt? Ja, ich glaub schon. Hoffe ich, äh, sonst ist es... Ja, schön. Ja, okay, war nicht. Nein, Laura, nein! Ey, du checkst es nicht! Boah, Alter! Äh, schrei, Alter! Boah, ey! Langsam will ich auch nur noch, dass ich stirb. Ja! Oh, Mann, ey! Ja, stirb doch! Stirb, lass... Stirb doch, lass mich doch gar nicht mehr... Nein, Laura, nein! Nein! Du sollst auch die Gegner schießen, die jetzt irgendwie freiwillig tot sind, ist okay. So. Hä, was macht das da? Und wir rutschen hier runter. Geh dann hier ran. Ich spring dann... Ich spring dann darauf hier ran, weiter. Müssen wir das ja wahrscheinlich... Das geht dann auf Zeit. Geil. Geil. Das geht dann auf Zeit. Auf der Plattform sind wir dann auf Zeit, glaub ich. Oder? Oder? Hm? Ne, doch nicht. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt einfach nur schnell sein. Lava, hast du mich verstanden? Ja, so. So, schön. Kontrollpunkt, bitte. Ja. So, jetzt nur noch... Zwei, drei... Ist doch klar, drei Gegner. So, der letzte Kampf auf dieser Plattform... Ja, solange die nur dumm rumfliegen ist alles okay. Oh nee, sind doch nur zwei. Nein, 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 nein! Nein, aber! Aula, wie dumm bist du? Wie dumm kann man denn sein? ich hätte gewonnen sie ist so braunhaarig ach nee kommt sag ich nicht das ist jetzt ist so scheiß dumm an oh mein Gott ich muss erst auf die Zielscheibe schießen anstatt auf die Gegner weil ich muss ja oft oder auch wieder wir geben uns gegenseitig ist auch totes Vieh nein regt dich nicht auf okay so wie es schießen jetzt das Ding hier ab so jetzt werden wir danach diese Gegner hier ich komm gar nicht mehr los diese Gegner hier besiegen hoffentlich oder Lara nein das werden wir nicht wir wollen erst mal wieder auf die Zielscheibe jetzt werden wir diese Gegner hier besiegen oder Lara komm komm schon ja komm du hast es fast ja schön mach weiter so ja nochmal schön auf die Zielscheibe so gut gemacht Lara fast gar keine Gesundheit verloren großes Medipack ey jetzt mal gucken wo wir lang sollen hier lang da lang und da weit ja okay so ja ey alter ich hab jetzt nur für die für diesen Gang nach unten hier haben wir jetzt eine Folge gebraucht ey da hinten gibt es irgendeinen Schatz oder was was ist das schlüpft doch bestimmt aus wenn wir uns den Schatz holen wollen also wenn wir grad so rauskommen dann dann schlüpft es so aus so was aus dem Schatz genommen stirb oder auch nicht jetzt macht es mir Angst what the fuck ich hab's doch gesagt what the hell na auf stirb nein Lara nein oh zum Glück bin ich hier kann ich irgendwie krass cheaten wenn Lara schau sein würde so wie ich so ey alter ich hab doch gesagt es schlüpft aus aber dann genau dass es dann so geteilt ist wenn wir grad an die Kante hier uns fallen lassen das ist hart so alter tschüss kann ich ja nur noch sagen was können wir da anvisieren ok ich hab's mit Munition ok dann mach ich erstmal einen Schnitt und die Qualen seht ihr in der nächsten Folge mal wieder wie in dieser aber naja bis dann bam